Unser Cinemagic der Woche. Tauche ein in die Welt der bezaubernden Ariel. Ariel ist verliebt. Verliebt? Und erlebe ihre einzigartige Liebesgeschichte. Ich muss ihn wiedersehen. Ich werde dir helfen, deinen Prinzen zu finden. Zum ersten Mal auf Disney Cinemagic. Ariel die Meerjungfrau. Sonntag, 14 Uhr, auch in HD. Er sieht wirklich gut aus, nicht wahr? Oh, wer ist denn dieser gut gebaute Chihuahua da drüben? Jeder hat Gefühle. Ariel ist verliebt. Jeder hat Träume. Ich wünsche mir nichts mehr als eine beste Freundin. Jeder hat schon einmal Mut bewiesen. Und jeder kann sich auf einen unvergesslichen Herbst freuen. Den feiern wir mit vielen fantastischen Filmen. Auf der Party sind ja alle total von der Leine. Die Disney Cinemagic Highlights im Herbst. Auch in HD. Die Disney Cinemagic Ges pie gerät. Ein Stad von Himren. Ein Stad von Himminton. Je circ. W travelling. Ein Stad von Himminton. Es gab Elite Effects.